Und ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio meine beiden Gäste, Professor Frank Decker von der Universität Bonn, Politikwissenschaftler insbesondere für den heutigen bundespolitischen Einfluss bei dieser Europawahl und dann in dem Zusammenhang und natürlich auch der Blick auf Bremen und zum anderen Professor Ludger Kühnert, ebenfalls Universität Bonn, aber vom Zentrum für Europäische Integrationsforschung. Die erste Frage direkt auch an Sie, Professor Kühnert. Was hat Sie heute am meisten überrascht, wenn wir es jetzt mal auf die deutschen Einbrüche sehen, aber auch das Generelle, was in Europa passiert ist? Ich glaube, es sind vier Ergebnisse, die auffallen heute. Wir werden in Europa, die Große Koalition hat verloren, aber die nächste Große Koalition wird noch größer werden, um eine Mehrheit zu bilden. Zum Zweiten hat sich das rechte Lager konsolidiert und es ist an der Zeit, hier viel differenzierter hinzuschauen und nicht immer alle sozusagen über einen Populismuskampf zu scheren. Das ist ein breites Spektrum in diesem ganzen Milieu unterwegs, das sich jetzt konsolidiert hat. Drittens haben Bewegungen aller möglicher Art zugenommen, die sind auch wieder Spiegelbild der Fragmentierung der europäischen politischen Gesellschaften und die weisen auf ein fundamentales Strukturproblem dieser Europawahl hin, nämlich das nicht vereinheitlichte Wahlrecht. Es gibt einen Riesenunterschied hier kreuz und quer durch die EU, was auch diese Fragmentierungen und die Bemühungen um eine stabile Mehrheitsbildung erschweren. Und der vierte Punkt ist, die nationalen Parteien, aber eigentlich querbeet durch alle politischen Lager, kann man das sagen, ziehen sofort Schlussfolgerungen, das werden wir auch gleich im Blick auf Deutschland besprechen, welche nationalen Rückwirkungen diese Europawahlen haben. Und da gibt es eine ganze Menge, heute finden gleichzeitlich Wahlen in Litauen statt, in Belgien, in wenigen Tagen in Dänemark, im Herbst in Polen und in Griechenland. Und auf all diese Länder wirken sich auch diese Europawahlen aus. In der Umkehrung heißt das, wir haben zwar einen großen Schub an Politisierung in Europa heute erlebt, aber eigentlich, wenn wir sehr hart formulieren, ist es wieder keine einheitliche europäische Wahl gewesen, weil die Fragmentierung in über 300 Parteien, die kandidiert haben, wieder sehr stark war. Im Grunde hat hier das Europa der Vaterländer stattgefunden, von dem die Rechten immer schwärmen und diejenigen, die Europa verteidigen, halten mit HZ und Klauen an diesen Wahlrechtsmechanismen fest und an der Verweigerung der Entwicklung wirklicher europäischer Parteien, die dieser ganzen Lust auf Demokratie und Lust auf Europa, von der wir eben gehört haben, noch einen Schub geben würden. Da ist ja auch noch offen, bis dann endlich die Zahlen da sind, aber es zeichnet sich ja eine Tendenz ab, wie Jörg Schönborn es bereits beschrieben hat. Professor Decker, der Blick nach Berlin heute sah extrem viele, ich sag mal von mittelprächtig bis sehr enttäuscht und einen ganz klaren Gewinner. Hat Sie heute irgendwas überrascht bei den Ergebnissen und was Sie aus Berlin gehört haben? Ja, der sehr hohe Stimmenanteil der sonstigen Parteien hat mich etwas überrascht. Also hier, das ist ja auch ein Ausdruck dieser Fragmentierung, das deutsche Bundesverfassungsgericht hat irgendwann mal gesagt, das Europaparlament ist ja kein richtiges Parlament, weil es keine Regierung wählt und deshalb brauchen wir dort auch keine Sperrklausel. Und mit einer Sperrklausel hätten sicherlich nicht so viele Wähler sonstige Parteien unterstützt, weil dann einfach die Stimmen nicht gezählt hätten, unter den Tisch gefallen wären. Ich finde es gut, dass wir jetzt gezwungen werden, von der europäischen Ebene eine Sperrklausel wieder einzuführen. Und ich glaube auch, das Bundesverfassungsgericht wird die dann nicht ohne weiteres wieder einkassieren können. Ansonsten entsprach das Ergebnis ziemlich dem, was die Umfragen vorhergesagt haben. Die beiden Parteien der Großen Koalition werden stark verlieren und die Grünen werden ihren Höhenflug fortsetzen. Jetzt allerdings erwiesenermaßen zum ersten Mal auch bei einer nationalen Wahl. Und das ist schon eine Zäsur im deutschen Parteiensystem. Nicht nur setzt sich die Wegbewegung von den Volksparteien fort, sondern wir erleben auch eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse im linken Lager. Ich würde die Grünen nach wie vor, wenn wir jetzt von den Politikinhalten ausgehend zum linken Lager rechnen, also weg von den Sozialdemokraten hin zu den Grünen. Und damit werden sich fundamentale Fragen neu stellen, etwa die Frage von Kanzlerkandidatoren. Möglicherweise müssen wir jetzt demnächst uns mit der Frage beschäftigen, wer der Kanzlerkandidat der Grünen ist und nicht mehr, wer wird der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten. Da passt vielleicht zu, dass Markus Söder ja heute Abend gesagt hat, er hat jetzt im Augenblick, im Augenmerk als sozusagen Hauptkontrahent die Grünen und offensichtlich nicht mehr die SPD.